Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin der Superfatti und wir spielen zusammen Sons of the Forest. Ja, hier soll es anscheinend die Pickaxe gehen, wenn ich das richtig gesehen habe auf meiner Map. Gucken wir mal nach. Aber ich befürchte, hier ist nichts. Wo macht das hier? Was haben wir hier? Batterien haben wir noch mitgenommen. Das war Ruckerharz. Okay, dann gehen wir hier nochmal in diesen... Ein Revolver gibt es hier. Geil! Dann habe ich das, glaube ich, auf der Map falsch gesehen. Und eine Notiz. Und das ist ein Islanders. The Old Lord Bodysphere Finding. Okay. Henker hat uns mal wieder eine Nachricht gegeben. Okay, was haben wir da denn? Können wir da schon mal was aufrüsten hier? Wo haben wir die denn? Hier haben wir die... Ne, da kann man nichts machen. Die ist schon stark genug, oder? Ausrüsten. Kombinieren. Aber da haben wir auch nichts mehr für. Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, decken wir die nochmal weg. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich die Pickaxe haben. Aber jetzt haben wir die... Ne, Revolver. Auch nicht schlecht. Ja, mehr gibt es hier nicht. Boah, boah, ist es abgelaufen. Dann geben wir uns nochmal einen Kluck-Rack. So. Ähm. Ich gucke aber jetzt eben... Wo ich sehe, ob ich überhaupt am richtigen Ort bin hier. So muss ich aber, glaube ich, eben einmal hoch. So, gucken wir oben mal. Gucken wir was erkennen. So, wo muss ich hin? Ich glaube, da muss ich hin. Dann bin ich doch noch nicht ganz am richtigen Ort. Boah, da vorne ist ein... Ähm. Eine Höhle. Dann laufen wir da mal hin. Den VIP-Bunker, den haben wir auf. Aber da sind jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht rein. Hier vorne gibt es wieder ein... Pferd. Ach, und Ärger. Und Ärger läuft hier auch rum. Auf zwei Beinen. Alles klar. Hier gibt es noch Snickers. Und sonst nichts. So, wir müssen aber... Wir müssen aber... Diesen Weg hier ändern. Das ist, glaube ich, das Beste. Dann können wir uns den... ...den Caddy hier eben. Und dann fahren wir mal... ...da hoch. Und zickzack. Oder? Wer fällt ein? Oh Gott, schafft er das? Tatsache, da zieht er sich so hoch. Eine Lute Caddy ist das. Okay, hier vorne habe ich schon gesehen. Da ist das. So, gehen wir hier mal rein. Hier ist es. Ist das nicht hier? Da ist es. Alles klar. Ich will auf einmal... ... oben beim Wasser gucken. Ob hier noch... ... ein Krummunger... Ey, da läuft er. Da haben wir nämlich nochmal... Jetzt verpisst euch. Jetzt verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Okay, hier nehmen wir noch mit... ... was ich greifen kann. Geld. Eine Uhr. Zwei Mahlzeiten. Gut, dann gehen wir mal da rein. Hier, da ist er schon rumgesprungen. Jetzt steht da ein Brand, der Idiot. Ja, da ist er. Ist er jetzt tot? Ja. Das ist selber schuld. Das ist einfach selber schuld. Nehmen wir mal rein. Und schwupsi wups ist der Empfang weg. Ja, zwischen Stein und Gurell. Ja, zwischen Stein und Gurell. Und schwupsi wups ist der Empfang weg. Kann das nochmal passieren, ne? Kann das nochmal passieren, ne? So, ich nehme mal die... ... Lampe raus. Okay. So, ich glaube... Oh Mann, wo muss ich jetzt nochmal hin? Oh, da fällt schon wieder einer runter. Hier ist nichts. Okay, dann ist die Frage auch schon wieder geantwortet. Und wir müssen hier hin. So, dann müssen wir glaube ich hier runter, oder? Oh ja, hier sind... Oh Mann, das muss so ein bitterer Tod sein. Wenn du mich ankämpfst und dann einfach keine Luft mehr bekommst, da. Das muss so widerlich sein. Ja, Gott sei Dank haben wir so viel Luft mit. Das ist aber ein guter Weg hier. Habe ich noch ein mit, oder habe ich die schon wieder zu Hause... ... und so, hat es mal kurz weggelegt. So. Dann mal kurz orientieren. Hier ist nichts. Von da kommen wir. Dann gehen wir mal hier hin. So, jetzt haben wir noch wieder einen Doppelweg. Oh, da geht es glaube ich wieder runter. Dann gehen wir erstmal hier hin. Jetzt wieder Kilometer sind in den Grund rein. So, was haben wir hier denn? Hier haben wir nochmal einen... Oh, das ist das Ding. Damit können wir unsere Sachen vergolden. Geil. Und mit diesem Gold... Auf jeden Fall hier dieses Sulfid oder wie auch immer das heißt. Das goldene Erz, was sie überall sehen. Okay, was haben wir hier dann noch? Oh man, das klingt aber auch immer. Haben wir hier und nicht nochmal wieder ein Artefakt? Ganz viele Kreuze haben wir hier. Okay. Da und da... Ist auch was. Ich gehe erstmal hier hin. Okay, hier haben wir Essen. Okay, dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal ein Katzenfutterchen. So, dann... haben wir da auch schon wieder voll. Und ich will noch einmal die Map verkleinern. Dann kann ich sehen, wie lange wir schon spielen. Okay. Okay. Da haben wir genug von. Hier haben wir nochmal was. Gehen nochmal runter. Oh scheiße, das war in falsche Richtung. Wir wollen ja runter. Hier oben ist es. Ein Artefaktstück. Das zweite, das wir jetzt gefunden haben. Und ich glaube auch, dass es jetzt mittlerweile alle gibt. Dass man alle finden kann. Ich gehöre mir aber noch einmal ein... ...Energy Drink. Ich gehöre mir aber noch einmal ein... So, die ganze Kreuzhausenweg räumen hier. So, hier geht's wieder raus. Und wieder hoch. Und gleich müssen wir da runter rutschen. Und nochmal hoch. So. Okay, da geht's weiter hoch. Und so, eine Sekunde bitte. Ich muss einen Schluck trinken. So, wo sind wir hier jetzt? Hier sind wir. Da wo wir runterrutschen. Rutschen wir da runter? Ja, nützt nichts. Da müssen wir auch mal runter. Wir waren ja noch nicht da. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Kommis sind hier. Verdammt. Wo bist du? Boah, das ist wieder so ein... Besonderer. Die sind da ein bisschen stärker, ne? Genau. Da kann ich nämlich die Mutatenrissung rausholen. Beziehungsweise, da gibt's mehrere Arten von. Sei es irgendwie so, Martina mäßig. Und die anderen sind, ähm... Die sind... So eine Handgranate. So was wollte ich sagen. Die leuchten so blau. Was? Wie kann das sein? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Okay. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Da sind wir runtergerutscht. So, müssen wir dann hier tauchen? Tatsache. Ja, auf geht's. Dann tauchen wir hier mal. So. So. Einmal Luft getauscht. So. Einmal Luft getauscht. Schaffung schafft man das auch nicht. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Ich dachte, dass da nochmal... Irgendwie... Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Dass da mal so eine Abzweigung irgendwo ist. Mit Geldscheine. So. So. Ich komme gar nicht mehr so Wasser raus oder? Da ist auch schon einer verreckt. So. Hier ist die nächste Höhle. Hier kann man auch nochmal Gold abbauen. Wow. Nächste Tauchkamp. Oh ja, was haben wir da denn? hier haben wir noch mal ein paar homies die schmeißen nämlich immer so ein bisschen 10 dollars und ein bisschen kleingeld oh ja hier haben wir die bezacke gegner sehe ich jetzt so nicht da haben wir sie und jetzt können bei gehen und das zeus abbauen hier und die haben wir schon die goldstücke sind hier 17 ich glaube 20 können wir so mehr können wir nicht alles klar dann brauchen wir nicht weiterhauen hier sind noch mal das noch zwar So, Rückzug Verdammt noch mal Die sind stark Die sind stark Oh, nicht mehr in meinen Meine Schrotze Will ich haben Sonst verschwindet So, du blöde Drecksau Ich hab ich Wo ist ein anderer Kumpel? Der hängt da fest Hier Noch ein So Ja, die haben wir jetzt Sieben Stück Sechs Stück Kamen die mir weggehauen Das ist kein guter Dir So, nachgeladen ist Noch mal genau gucken Ob hier einer ist So Hier ist schon wieder Ende Nein, hier Dann geht's jetzt mal nach oben Noch ein bisschen auffrischen Dass wir wieder Energie Hier müssen wir runter Alles klar Alles klar Okay, unten ist nichts Hier können wir nichts machen Okay, dann ist das der Weg Würde ich jetzt mal gerne Ich hab die Pistole auf Hier, nee Machen wir die hier mal auf Hier Dann kann ich da besser Und schneller hin und her Swimen Wir essen Wir essen haben wir Zuerst mal Oh, hier geht's noch mal hoch Dann gehen wir noch mal hoch Ah, und Rüstung muss ich noch mal wieder ausrissen Und Rüstung einmal So Da ist das Loch, wo wir hochgekommen sind Hier ist nochmal Fleisch Und wir sind wieder draußen Wo sind wir Okay, Norden ist da Achso, wir sind jetzt hier Alles klar War ich da schon mal in der Höhle drin Aber ich würde sagen Das machen wir nächste Runde Ich hoffe, es hat euch gefallen Lassen, Like da, Lassen, Abo da Schreibt mir in die Kommentare Wir sehen uns das nächste Mal wieder Und tschüss